hallo und herzlich willkommen hier auf meiner webseite schön dass du vorbeischaust du siehst ich sitze gerade auf la palma und gehe meinem business nach ich bin berufungs- und strategie beraterin und schreibe gerade an meinem blog und ja wenn du auch lust hast deine lebensaufgabe zu finden das was dich wirklich erfüllt deine ps so richtig auf die straße bringen möchtest und möchtest vielleicht auch von einem ort aus arbeiten wo du so ganz du sein kannst so wie ich jetzt hier auf la palma wo sie richtig gut geht die richtigen temperaturen sind und du in der natur auch unterwegs sein kannst was auch immer du magst dann bist du hier genau richtig du kannst mit mir über skype arbeiten oder auch mich auf la palma besuchen oder im chiemgau wo ich im moment noch ansässig bin und ja und wir schauen gemeinsam was ich für dich tun kann ja und finden einen weg eine strategie für dich wie du dein traum business umsetzt und 365 tage im urlaub lebst ich freue mich auf dich alles liebe deine andrea ciao